Wenn man älter wird, sieht man das besonders an der Haut. Falten, dunkle Flecken und Verlust der Elastizität sind Zeichen dafür, dass sich der natürliche Erneuerungsprozess ihrer Haut verlangsamt. Aber auch Umwelteinflüsse im Alltag spielen eine Rolle. Sie bremsen und hindern den natürlichen Erneuerungsprozess. Auch die Sonne kann ihre Haut schädigen. Ich habe ziemlich dunkle Flecken auf meiner Stirn. Die Problembereiche meiner Haut sind mein Teint, die Hautalterung, meine Falten. Ich bekam einige tiefe Falten um die Augen herum. Ich habe sehr trockene Haut. Nach Jahren der Forschung und Entwicklung erschufen Wissenschaftler bei ASEA mit Renew28 die Lösung zur Wiederherstellung des Erneuerungsprozesses ihrer Haut. Renew28 ist ein konzentriertes, topisches Gel, das optimale Hautpflege für den ganzen Körper bietet und so die natürliche Balance und das Erscheinungsbild der Haut belebt. Mit Renew28 fühlte ich mich einfach frischer. Ich habe das Gefühl, meine Altersflecken sind heller. Schon bei der ersten Anwendung fühlte ich mich sauber und es passte wirklich zu meiner Haut. Die einzigartige Redox-Signaltechnologie hinter Renew28 ermöglicht die Kommunikation auf Zellebene, die den Körper bei der Verjüngung der Hautzellen unterstützt. Die Haut erhält ihr Strahlen und ihr Gleichgewicht, indem sie abgestorbene Zellen abstößt und durch neue ersetzt. Bei gesunder Haut sollte dieser Erneuerungsprozess 28 Tage dauern. Renew28 wurde speziell für ihre tägliche Hautpflege entwickelt oder kann bei Bedarf auf spezielle Problemzonen aufgetragen werden. Meine Falten sind scheinbar weg oder unauffälliger geworden. Ich habe das Gefühl, zur jüngeren Altersgruppe zu gehören. Ich merkte, dass meine Altersflecken um die Augen heller wurden. Und dann fiel mir auf, dass die Faltenbereiche ebenfalls viel straffer geworden sind. Ich hatte eine Narbe auf der Nase. Meine Narbe ist heller geworden. Das hat mein Selbstvertrauen so gestärkt. Ich liebe es. Dermatest, eines der führenden Institute für Dermatologische Forschung weltweit, gab Renew28 sein begehrtes klinisch getestetes Fünf-Sterne-Siegel. In klinischen Studien verwendeten 20 Frauen Renew28 28 Tage lang. Neben standardmäßigen dermatologischen Tests wurden digitale Scans ihrer individuellen Eigenschaften wie Falten und Hauttextur durchgeführt. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Diese Scans zeigten, dass sich bei der Verwendung von Renew28 die Augenfalten in weniger als einem Monat um 21% reduzierten. Die Hautanalyse zeigte eine Milderung der Falten insgesamt um 23% und eine Verbesserung der Hauttextur im Gesicht um 22%. Während des Testzeitraums stieg die Geschmeidigkeit der Haut der Teilnehmerinnen um durchschnittlich 23%, die Elastizität um 20% und die Hautfeuchtigkeit stieg um durchschnittlich 11% an. Bei den Teilnehmerinnen wurden Rötungen und Irritationen merklich gemindert. Die Hautqualität, die Spannkraft und die Balance der Haut besserten sich. Früher hatte ich dunklere Ringe um meine Augen und dann ungleichmäßige Flecken vorne auf meiner Stirn. Nach der Verwendung von Renew28 fand ich meinen Tal klarer, meine purenfester und meine Haut straffer. Besonders morgens. Meine Haut ist mehr im Gleichgewicht. Ich bekomme keine trockenen, schuppigen Flecken. Meine Haut wurde wirklich extrem weich. Sie enthält mehr Feuchtigkeit, ist weicher und glatter. Renew28 ist klinisch getestet und exklusiv nur über ASEA erhältlich. Dieses Produkt ist nicht reaktiv und so einzigartig, dass es mit beliebigen Hautpflegeprodukten kombiniert werden kann und zu phänomenalen Ergebnissen führt. Es ist sehr angenehm, mein Make-up aufzutragen und nicht zu merken, ob es wirklich da ist. Es ist schön zu spüren, wie die Haut Feuchtigkeit erhält. Und zwar ohne ölige Rückstände. Renew28 hat mir wirklich mehr Selbstvertrauen geschenkt, ohne dass ich mein Gesicht bedecken muss. Ich war froh, dass es nicht parfümiert war oder Glitzerpartikel enthielt. Ich hatte das Gefühl, dass ich es problemlos verwenden und damit zur Arbeit gehen kann. Damit trägt man nicht einfach ein weiteres Produkt auf. Man verwendet etwas, das wirklich auf die Haut abgestimmt ist. Ich liebte das Gefühl, dass meine Haut genährt wird. Renew28 ist nicht komedogen, frei von Konservierungsmitteln und Hypoallergen. Es bietet einen einfachen und natürlichen Weg zu wahrer Hautgesundheit. Durch einzigartige Redox-Signal-Technologie unterstützt diese einzigartige Therapie den natürlichen Erneuerungsprozess ihrer Haut, verbessert Spannkraft und Gleichgewicht und revitalisiert ihr jugendliches Aussehen. Es fühlt sich großartig an. Es ist perfekt für mich. Es funktioniert. Das tollste Produkt, das ich jemals ausprobiert habe. Ich liebe das Gefühl auf meiner Haut. Besser aussehen. Besser fühlen. Besser leben. Renew28. Powered by ASEA. Prozess. Genew30. clock auf pc. I